Wir sind hier im Hanseviertel. Hier befand sich jahrzehntelang das Schreibwarengeschäft Schacht und Westrich. Die haben leider geschlossen und hier wird demnächst ein Schreibwarengeschäft eröffnen. Die Papeterie batelt. Ich hoffe, dass das besser läuft als vorher Schacht und Westrich. Nicht jahrelang existierte der Laden, aber durch den Umbruch in den Büros. Untertitelung des ZDF für funk, 2017